Ich sag mich wirklich, was hier eigentlich läuft. Wozu denn das Ganze? Ich rede und rede und rede und ich predige und es passiert überhaupt nichts. Nein, ich meine, ich hab genug zu tun mit dem Erschlussmann. Dann immer wieder hin, wenn da jemand kommt und dies macht und das macht. Und ich mich erdern muss. Ständig aufregen, immer aufregen, aufregen. Das ist nicht so. Fynn, was machst du denn hier? Ich komm nicht rein. Pass auf. Ich geh rein und lass die Tür einen Spalt offen. Dann kannst du nachkommen. Du musst aber schnell sein, okay? Mhm. Danke. Beschissen wird hier nicht. Äh, Kopfschmerzen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020